The year of Febriand I'll see in the Febriand, so ain Nazi, West, and Martyr. So ain Nazi West, de Antioquia, e Martyr, ha ekonin schu in a grondeparte i'lls apostelz. Ela eis taus i'm Diszipell d ν sign Evangelist dieren Pieter Seth. Morzia sよn Tiavette, und die sehr verehrten Werte der Antioch war, und sie gewernte, als sie in ihrer Kurhonten. Sie sagte, dass sie gut wissen, dass sie Jesus Christus beherrschte, und sie sagte, dass sie gut auf ihren Wunsch der Christus beherrschte. Die Nazis begannen, und mit dem Erdämen der Christus die Erdämen der Erdämen der Christus hatte, dass Christus verabschiedet wurde, die Tyran und die Paganer. Dort in der Vision von den Angeln, die auf die Sonnissima Trinität waren, war sie in der Form von Gott, den sie auch in der Zeit gesagt haben, dass sie es zu sagen. Die Nazi-Nazien haben sie versucht, um die Bombe-Pagans zu kämpfen, aber sie waren die Rechte, die von Faulsen-Doktrinen bedeuten. Sie waren in der Zeit, der Imperator von Trianus in Antioquia. Das war, wenn der Gott mit dieser Zeit verabschiedet hat, die Christus verabschiedet hat, und er verabschiedet hat. Traianus verabschiedet hat sich das Geist zu tun, und er hat ihn sofort als Geist von diesem großen Gott. Nachdem er diese Begegnung hat, dass er in der Jesus Christus verabschiedet hat, dass er nicht mehr so verabschiedet hat. Sie haben die Tiran die Senden und die Kamonde, die in den Kaden zu setzen, und sie in den Römer zu kommen, um die Leu zu schrauben, die Leu zu schrauben. Die Leu hat die Leu zu schrauben, die Leu zu schrauben, und sie in den Token zu schrauben. Leu hat sich die Kagehunde zu plädieren, mit einem sehr gutemaligen Sohn Polycarp. Pia Pievel, es schizont drei Suezts d'Alasia, visetan il soin per severtat Larses Plaiz e Recaiver la Sonnti Benediktion. Kaua Smirna schreve soin naci quattro brefs, trez als Fidaivels d'Efesus, Magnesia e Trali, edina als Fidaivels d'Roma. En Letza schreve el klaramein di legermen e desideri kel hage de murir per Kristus. Dentr'autor schreve el, ni fiuc, ni cruz, ni besties, ni maletze dius d'amunis pom prender a mi la kardientja ed era bo spussar mia caretja e curaja per diu. Sincuai da vos viati neu da la Siria, ha il sogno est ang scritt diverses brefs ad uests e prelats, totes, pleins d'in sper sogni, dina divina caretja e sonntia valorosadat. Fin al meina rivausa Roma, mainan il spier zel avon il dergiater din marcau, kelhae modergiar e torturare il zoin con geislas ed unglas de fier. Traes dis e traes noiz resti il plegau, sarraus en pergiun senza negin nutrimen. So entre quels gargiaevels traes disleil tiram fierer avon tot il pievel il zoin en claus d'ils liuns. Udent la roaida ed il burlir d'ils rabiai animals fomantai, clom il zoin martir. Il zoin veneves carpaus de quels animals, manlos e sa trau les restonses de quels soin martir, en tocan, kelhae zain venites transportates ad Antioquia. Mort il riu c'te soin nazi, adiu faci biaras grazies e miracles per bien disfidaevels e per confirmar la cardiancia catolica.